Und damit willkommen zurück liebe Leute zu einem weiteren Tipp hier bei Elder Scrolls Online, diesmal Generalsenker. Dafür müsst ihr alle Generäle Molag Biles töten, die an den dunklen Ankern erscheinen. Da sind jede Menge, wie man das hier sieht. Folterklechte ist natürlich unter Erkunden, übrigens fast ganz unten in den Errungenschaften. Also hier auf Options-Laste, dann Tagebuch, Errungenschaften, Erkunden, relativ weit unten dunkle Anker. Da ist das Ding drin. Da müsst ihr hier relativ viele besiegen, die alle random sind. So, mittlerweile ist es ja auch so, dass hier One-Time-Riel draußen ist. Also sprich, alle sogenannten Veteranengebiete, also sprich, alle Anker können alle Bosse spawnen. Ist natürlich Zufall. Aber um das Ganze hier zu beschleunigen, geht natürlich hier, so wie es ich gemacht habe, hier zum einen die Möglichkeit hier, klar, dass du die ganzen Anker zerstört vom ganzen Bündnis, beziehungsweise wie man es hier sieht, von Dominion, von Bündnis, von Pakt, beziehungsweise von Cyrodyl. Die erstmal alle abfarmen müsst ihr sowieso für eine andere Trophy auch, wenn ihr darauf aus seid. Dementsprechend hier habt ihr schon mal ein paar Bosse definitiv zu Gesicht bekommen. Andernfalls halt klar, für die restlichen Bosse gibt es hier einen kleinen Trick, mehr oder weniger. Den gibt es seit Elder Scrolls Release. Ist jetzt immer noch sehr gut angesagt, weil ich es so gemacht habe, in zwei Stunden der Rest voll alles gefarmt. Und zwar hier in der Alikarwüste, oder Alikarwüste, wie es manche auch sagen hier, ist hier, da kommt schon der nächste Anker hier, direkt links oben, so relativ weiter links oben hier. Da ist das Ganze hier rechts neben Glenumbra oder unterhalb Sturmhafens, beziehungsweise links unterhalb Bancorei. Hier im Durchsturzgebiet, da ist hier die Alikarwüste. Man sieht es schon, die alle aufploppen hier, wie man das sieht. Das ist genau das, was ich meinte. Jetzt haben wir es ja jetzt abends von der Oberseite, halb zwölf nachts, also 23.23 Uhr genauer gesagt, ist das ganze Ding hier. Da kann man mit reingehen, mitmachen hier, wie auch immer. Kurz weiterfühlig, ja genau, da vorne kämpfen sie auch schon rum wie Sau, wie man das sieht. Also es sind ein paar Leute hier. Dann natürlich dann bevorzugt hier einfach in den Chat reingehen, in den Textchat hier, da ist schon einer reingeschrieben, LFGD. Ich bevorzuge eigentlich eher LFDG, also Looking for Dolmen Group, aber Looking for Group Dolmen, ja okay, kann man es auch so machen. Kann man reinmachen, natürlich klar und uns sagen in den Chat, den das wir umstellen hier auf Slash Z für Gebiet und dann hier entweder LFGDolmen hier oder halt LFDG reinschreiben, zack, abschicken, kurz warten, da wird man hier eingeladen, beziehungsweise hier, da habe ich schon schrecklicher Knochenkoloss, das war in dem Fall fehl, keiner da, den man jetzt haben müsste. Na, hier wurde eingeladen, zack, annehmen natürlich, bevorzugt da rein, wie man das hier sieht, das sind ein paar Leute, na. So, sorry, da muss ich jetzt gerade das Ding abschalten, ja. Ähm, sind ein paar Leute hier drin, das hier war in dem Fall nix, aber ich sehe es da selber, der Dolmen ging kaum runter, zack, ist er schon wieder tot. Ihr bekommt jede Menge AP, äh Quatsch, hier, ähm, Erfahrungspunkte hier durch diesen Schmarrn, ebenso halt jedes Mal die Chance hier auf den oder den oder den anderen Boss hier, der euch da noch fehlt und die Rotha ist ja eigentlich immer gleich, ihr geht hier runter in der Alika-Wüste, startet meistens hier, beziehungsweise halt, je nachdem wo jetzt gerade die Gruppe dann wäre, normalerweise porten die sich dann erstmal hier hin, zu diesem Weg schreien, gehen dahin zu diesem Dolmen, okay, diese Gruppe macht es genau andersrum, hehehe, dann hier erstmal zu diesem Weg schreien und zu dem Dolmen und danach würden die dann hier dahin gehen, zu dem Dolmen und dann wieder hier runter und dahin, ne. Also entweder machen sie welche hier gegen den Uhrzeigersinn, äh, ein paar andere machen sie im Uhrzeigersinn, also das ist immer so random, ihr müsst halt einfach hier diese drei Wegschreine abgrasen, beziehungsweise da halt, wo ihr es genau seht, wo die Dolmen hier sind, diese Wegschreine sind direkt hier ums Eck, da können wir reingehen und das ganze Ding dann hier mitfarmen. Was ihr dann habt, ist relativ Wurst und es kursiert auch das Gerücht hier, dass wir diese kleinen, kleinen Ängerchen hier, bevor der große Boss kommt hier, ähm, nicht zerstört werden darf, beziehungsweise nicht aufgelöst werden darf, bis, so gesehen der Boss, beziehungsweise bis alle Gegner geplättet worden sind, ist völliger Quatsch, wurde ja auch durch einen Mitarbeiter von Zenimax in Elder Scrolls Online vorrennen, wenn ihr die mal durchwirtschaftet hier, ähm, dementiert, das ist völlig Wurst, diese kleinen Dinger hier, diese meine ich hier, diese Pöppels hier, na, der Anker schloss, könnt ihr jetzt sowas zerstören, das hat nichts damit zu tun hier, ob hier ein Boss mehr droppt oder weniger droppt, das ist völlig Latte, das einzige was diese Ankerschlösser Ankerschlösser bewirken, dass wenn man die gleich auflöst, der Boss schneller kommt und zum zweiten hier, dass es nochmal Zusatzbuffs gibt, wie man es hier unten sieht, Latte voll hier, na, um das ganze dann hier, so gesehen hier, dann zu pushen. So, sagen wir mal kurz mal ab hier, in der Hoffnung, dass ich euch da mal noch einen Boss zeigen könnte, der hier eventuell kommt, nö. Leider nicht. Gut. Ja, aber ihr wisst, was ich meine, ist halt so ein bisschen Glückssache, in meinem Fall, wie gesagt, wenn wir nicht alle, ähm, Anker zerstört hatte, habe ich noch ungefähr hier zwei Stunden in so einer Gruppe hier rumgeeiert und dementsprechend natürlich immer die Truhen hier gelootet, na, jede Menge Loot bekommen wir ja auch noch, jede Menge Gold, jede Menge Erfahrung, wie gesagt, um dementsprechend hier noch Zeugs da zu holen, wie man sieht hier, na, kann man nicht meckern. Und jetzt wird's dann hier weitergehen, zurücklaufen, da hin, rüber porten, hier hin und dann hier runter zu dem hier. Dann wieder runter zu dem und zu dem und so immer im Kreis, na. Relativ sehr simpel, wie man das ganze sieht, so hab ich's gemacht, so kriegt das 100% auch hin. Dauert hier nicht lange, bis ihr das Ganze dann habt, da habt ihr die Generalshänker Trophy gleich mit und den Titel Dedra Schlechter auch noch gleich, inklusive, da sucht gleich der nächste wieder Gruppe, grad schön im Sagen-Chat haben wir vorbeigerannt, wie gesagt, nutzt nicht den Sagen-Chat, sondern den Gebiets-Chat ist sinnvoller, na, weil Sagen ist immer so eine Sache, schnallt nicht jeder oder hat, manche, oder haben manche sogar ausgeblendet, die Option gibt's ja auch, na, da sieht man's ja schon, sind sie beim nächsten Dolmen. Ja, das war's, macht genauso einfach mal ein paar Röntchen mit, die Leute sind auch immer auf 24-7 fast aktiv, ne Gruppe, außer vielleicht, sag ich mal, so 4-5 Uhr morgens, da vielleicht nicht unbedingt, aber, ja, ihr wisst was ich meine, also normal hier zu Zockerzeiten, sag ich jetzt mal, sind die Leute auch immer alle da und wenn nicht, geht halt einfach alleine los, sucht bei der Gruppe, beziehungsweise guckt, wo ein Dolmen aktiv ist und macht da einfach mal mit, weil die Dolmen kriegt ihr auch so alleine dauernd. Ja, wünsche euch viel Spaß damit, ne, haut rein bei den generellen Farmen und, ja, viel Spaß, beziehungsweise, ja, schon mal Glückwunsch hier zur Trophy, beziehungsweise auch zum Titel. Wünsch was, servus, ciao. Wünsch was, servus, 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 Bis zum nächsten Mal.